Grandios zum Thema Wahrheit. Heute mit einer Olympiasiegerin, einer Weltmeisterin, einer Europameisterin und deutschen Meisterin. Sie hat 123 Länderspiele für die deutsche Fußballnationalmannschaft absolviert und sie sagt nicht, ich habe eine überragende Karriere hingelegt, sondern sie sagt, Gott hat mir eine erfolgreiche Karriere geschenkt. Da wollen wir doch mal nachfragen. Herzlich willkommen Melanie Beringer. Schön, dass Sie Zeit für uns haben und Sie sich nehmen. Vielen Dank für die Einladung. Tja, im Juli haben wir eine ganz spannende Fußball-Europameisterschaft der Frauen erlebt in England mit tollen Auftritten der deutschen Fußballnationalmannschaft mit enormen Einschaltquoten im zweistelligen Millionenbereich. Kann man sagen, Frauenfußball ist so populär wie nie zuvor? Ja, definitiv. Also gerade jetzt in Deutschland geht es wieder voran. Das macht natürlich auch den Erfolg jetzt aus von der Nationalmannschaft. Wir hatten ja nach Olympia 2016 so eine kleine Delle, würde ich mal behaupten. Da ging es eher wieder in die falsche Richtung. Also es ging auch von den Zuschauern etwas zurück. Und jetzt die EM bringt, glaube ich, jetzt richtig Schwung nochmal nach Deutschland. Ich hoffe natürlich dann auch, dass die Stadien voller werden bei Bundesligaspielen der Frauen. Da ist so ein bisschen Luft nach oben, ne? Genau. Länderspiele, würde ich behaupten, sind okay. Aber im Stadion, also am Wochenende, da geht es schon noch mehr. Und ich glaube, dass die Begeisterung jetzt übergeschwappt ist. Also ich kenne viele Menschen, die jetzt begeisternd Frauenfußball schauen, weil die es ja wirklich richtig gut gemacht haben in England. Und ja, da ist jetzt einfach eine Begeisterung da. Und ich hoffe, dass das jetzt anhält. Sie selbst haben 2019 auch verletzungsbedingt Ihre Karriere beendet, sind aktuell Co-Trainerin der U17-Nationalmannschaft beim Deutschen Fußballbund. Aber gehen wir mal zurück zu Ihren Wurzeln. Sie sind in Wieden. Das ist ein ganz kleines Nest, kann man schon fast sagen. 600-Einwohner-Dorf im Landkreis Lörrach in Südbaden. Da sind Sie groß geworden. Sie haben vier Brüder. Und wie war das denn damals? Haben die Sie gezwungen, mit auf den Bolzplatz zu gehen? Warum sind Sie nicht zum Turnen gegangen oder zu einer anderen Sportart, die so ein bisschen Mädchenaffiner vielleicht wäre? Für mich war es irgendwie von Anfang an schon klar, dass ich Fußball spielen will. Meine Mutter wollte nicht unbedingt, dass ich spiele, weil schon vier Brüder von mir spielen. Ja, irgendwann durfte ich mitgehen ins Training. Ich glaube, das war sogar in der E-Jugend. Dann im Nachbarverein bei der Sportvereinigung Utzenfeld. Da habe ich dann auch angefangen mit meinem Zwillingsbruder. Ja, mir hat es einfach von klein auf immer schon total Spaß gemacht. Ich bin auch täglich mit auf dem Bolzplatz, der 100 Meter von unserem Elternhaus entfernt ist. Ich hatte dann schlussendlich auch die totale Unterstützung von meiner ganzen Familie. Also sie waren alle super glücklich, haben mich immer unterstützend an Spiele gefahren. Also das kann man sich nur wünschen von der Familie. Aber in Utzenfeld, da haben Sie in Ihrer ersten Saison mit den Jungs gleich mal 66 Tore, glaube ich, geschossen. Das fanden die nicht so lustig, dass da so ein Mädchen so stark war, oder doch? Also meine eigene Mannschaft schon. Also wir waren echt auch eine gute Truppe. Ein Freund von mir, der hat 77 Tore gemacht. Also man kann auch sehen, es lief, glaube ich, richtig gut für uns. Die Gegner haben sich darüber natürlich weniger gefreut, aber für uns war es super toll. Und ich habe irgendwie nie negative Stimmen gehört. Die haben mich, auch die Jungs, immer unterstützt. Die waren mit Begeisterung dabei und haben mich eigentlich auch die ganze Karriere über einfach unterstützt. Cool. Und waren Sie das einzige Mädchen in der jungen Mannschaft damals? Ja. Fühlt man sich da so ein bisschen einsam oder ein bisschen sogar? Nee, ich glaube, ich habe mich sehr wohl gefühlt, weil ich das halt auch kannte mit vier Brüdern. Also ich habe nur Jungs um mich herum, deswegen war es für mich gar kein Problem, für die Jungs auch nicht. Und die haben mich von Anfang an direkt angenommen, als wäre ich schon immer dabei gewesen. Ich stehe zurück, wo ich hingehör. Wir sind jetzt nur schon immer wieder. Wir sind jetzt wieder wieder. Wir sind jetzt wieder. Vielen Dank.